Düsseldorf AG gewinnt, 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 4 zu 2 gegen die Ausflug der Panther. Vor 3.630 Zuschauern, Janne Hebesse, Hannover besiegt Berlin 4 zu 1, Iserlund schlägt Straubing 3 zu 0, Nürnberg unterliegt Mannheim 1 zu 3, Hamburg läuft noch bei 3 zu 1 im zweiten Drittel, Frieder und Krefeld gegen Deutschland 1 zu 1 und überteilen es sei der Mikro. Die Ergebnisse werden bekannt sein, deswegen hat niemand etwas verpasst. Zu meiner Linken Larry Mitchell, zu meiner Rechten Nico Steinbrüttich, Larry Mitchell. Guten Abend, wir wurden nach dem Spiel am Dreitag, wo wir Krefeld geschlagen haben, wurden wir diesen Schwung mitnehmen hier am Anfang des Spiels und das ist uns gar nicht gelungen, teils, weil Düsseldorf sehr gut verteidigt hat, sehr gut gespielt hat und teils, weil wir, oder bei uns die Wille gefehlt hat, die Scheibe zum Tor zu bringen, zum Tor zu tragen und letztendlich haben wir nur 4 Torschüsse produziert in Düsseldorf und das ist sicherlich zu wenig und aus einem nicht gerade guter Schatz, hat Hashtun Rom seinen guten Lauf. Mit dem guten Lauf, was er hat, hat er das 1-0 geschossen und letztendlich war es dann eine verdiente Führung von Düsseldorf nach dem ersten Drittel. Im zweiten Drittel habe ich uns etwas besser gesehen als im ersten, aber trotzdem haben wir zu wenig getan und wie gesagt, Düsseldorf hat weiterhin gut verteidigt. T.J. Chiaverian hat dann letztendlich mit seinen Leingern den Ausgleich für uns erzielt und obwohl wir eigentlich Disziplinierte gespielt haben im zweiten Drittel, also im ersten, obwohl wir zwei unnötige Strafzeiten genommen haben im offensiven Drittel, im zweiten Drittel haben wir eigentlich Diszipliniert gespielt und haben unerklärlicherweise viele Strafzeiten gekriegt und das hat uns letztendlich das Genick gebrochen, wenn man so lange mit drei Malen spielt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig und Düsseldorf hat einen schönen Tor geschossen, die haben die Scheibe sehr gut laufen lassen und haben dann 2-1 geschossen und danach im letzten Drittel haben wir sehr, sehr gut gespielt und haben, denke ich, verdient den Ausgleich geschossen und mit der unerklärliche Weise dann 9-0 im Verschluss haben wir nicht nur ein Zweikampf im eigenen Düsseldorf verloren, nicht zwei Zweikämpfe verloren, aber drei auf einmal und mit dem dritten Sturm von Düsseldorf hat die nötigen Zweikämpfe gewonnen und letztendlich dann verdient das 3-2 geschossen und wir haben dann trotzdem eine oder andere gute Chance, ich denke dann die Chance von unserer besten Torschützer, der gut mal war, alleine vor dem Tor war, aber war wieder für die Ecke zugemacht und letztendlich gern dann die 3 Punkte verdient an Düsseldorf und dafür gratuliere ich Christian und seine Mannschaft. Vielen Dank, Christian. Danke Larry, ich denke, dass wir so weiter gemacht haben wie am Freitag. Wir haben jetzt das zweite Mal in Folge den Gegner, also mehr Schüsse, deutlich mehr Schüsse gehabt wie der Gegner. Wir haben immer versucht, wenn wir die Scheiben hinter die Verteidiger bringen, dass wir in der Rotation Druck machen, dass wir uns festsetzen. Das hat teilweise sehr gut geklappt, besonders bei dem dritten Tor. Das war ein super Einsatz von allen fünf mit den Verteidigern bis zur Grundlinie runter mit Absicherung. Das war ein super Einsatz von den Jungs und wurden dann auch belohnt für das dritte Tor. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, dass wir nach dieser ganzen Misere solche zwei Spiele jetzt am Freitag und heute abliefern konnten, mit drei Sturmlein, dass wir auch die Energie hatten bis zum Ende. Und ich kann nur ein riesen Kompliment an die Mannschaft machen. Es macht riesen Spaß mit der Truppe zu arbeiten, auch die letzte Woche. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir auch für unsere Fans zu Hause die nächsten Heimspiele so weiter angehen, dass wir versuchen, Druck zu machen, dass wir versuchen, Chancen zu kreieren über den Druck. Und dass wir versuchen, richtig gute Heimspiele für unsere Fans abzuliebern. Dankeschön. Ich war schon die Frage, wer das dritte Tor gemacht hat, Fischbuch oder Hofland? Fischbuch. Das wird bestimmt spannend. Gibt es Fragen bei der Trainer? Thomas Schulz, Bestdeutsche Zeitung. Eine Frage zunächst mal an dich, Larry. Du hast mit der Aussage recht, dass im zweiten Rücken die Parkdraftzeiten etwas unerklärlich waren, weil das alle nach dem Spielen im Herbst hat es eine erhebliche Diskussion. Und falls Metti Feuert hat, welche ein bisschen wieder rechaufiert, kannst du uns vielleicht in der heutigen Linie sehen, dass Stotty Pelsa kurz ein bisschen aus deiner Sicht interpretieren. Wie fürchtest du denn, dass da jetzt auch was nachkommt? Eine Frage an der Szene mit dem Spieler Tölzer, der dann zweitlich zehn Minuten kam? Erstens soll man sich vielleicht ein bisschen vorbereiten. Das war nicht so nett gegen Forrest, sondern Alex Henry. Dafür wurden sechs Spiele gesperrt. Die Szene von Steffen Tölzer habe ich so gesehen, dass der Düsseldorfer Spieler wollte die Scheibe ins Tor bringen und Steffen Tölzer hat ihm einen Crosscheck im Rückenbereich gegeben und hat dafür zurecht zwei plus zehn Minuten gegeben. Weil es kein Check gegen Kopf war, erwarte ich, dass keine Strafe kommt, also dass ich glaube, das war Steffen Tölzer sein drittes zehn Minuten und dafür würde dann gesperrt. Danke dir. Wollen wir noch was, Thomas? Ja, ich wollte in Kürsten fragen, jetzt der Daniel Kreuzer hatte, sich mal überreden lassen, fünf Bier, Tanz zu machen. Im nächsten Heimsieg bist du dann dran? Eine Frage, hat den Tanz freigeschaffen. Wenn wir einen großen Sponsor bekommen, tanze ich die ganze Woche. Applaus, hier haben wir auch selten, gibt es weiter. Dann sehen wir uns hier wieder am Freitag, am Sonntag und am Freitag. Die Gegend sind in Hamburg, Eberstadt und Berlin. Weiter geht es am Freitag, halb acht gegen Hamburg. Schönen Sonntag. Für das erste Saisontor. Wie fühlt sich das an? Sehr gut, also vor allem wenn man auf den Wintern, wir haben alle gekämpft und dann wenn man noch so ein Tor machen kann, dann freut man sich natürlich sehr. Das erste Sechs-Punkte-Wochenende ist seit Oktober, wenn ich mich richtig erinnere. Auch das Gefühl ist unbekannt oder fast schon vergessen, aber umso schöner dafür, oder? Ja, auf jeden Fall, also wir haben hart dafür gearbeitet, Freitag auch und heute auch wieder, haben wir alles gegeben. Und ja, es ist eine super Woche, das fühlt sich sehr gut an, die Sechs-Punkte, dass wir die haben. Und ja, arbeiten wir die nächste Woche wieder hart für die nächsten Sechs-Punkte. Geht der Blick schon noch Richtung Platz 10 oder geht es wirklich nur noch von Spiel zu Spiel? Und ja, natürlich wollen wir es schaffen, nur wir werden jetzt erstmal von Spiel zu Spiel uns weiter steigern und was dann aber am Schluss rauskommt, das werden wir dann sehr gut anstehen. Alles klar, danke.